TKKG Folge 231. Knackis streicheln mit der Faust. Der Wald verschlang TKKG. Weiter, immer weiter. Der Himmel über ihren Köpfen war kaum noch zu sehen. Mit jedem Schritt wurde es düsterer. Wisst ihr eigentlich, woher die Salamanderhöhle ihren Namen hat? Nein. Ich auch nicht. Was? Ach, nur ein Scherz. Wir sind da. Psst. Hört ihr das? Ja. Es kommt aus diesem schwarzen, unheimlichen Höhlenloch, in das wir jetzt hoffentlich nicht hineingehen. Doch. Aber wir müssen uns irgendwie absichern. Ich könnte vorher unsere GPS-Daten teilen. Ja. Aber mit wem? Tamina Sala. Wir haben Ihre neue Handynummer. Niemals. Überleg mal. Wenn die mit Krop gemeinsame Sache macht, weiß sie, dass wir ihnen auf den Fersen sind. Die ist doch aber sauber. Woher weißt du das? Äh, Bauchgefühl. Okay. Ich will aber nicht, dass dein Bauchgefühl mich den Kopf kostet. Psst. Psst. Hä? Was ist das? War nur ein Wildschwein. Psst. Ich glaube, wir müssen uns jetzt entscheiden. Glauben wir an die Ehrlichkeit von Tamina Sala oder glauben wir, dass sie uns benutzt hat? Also ich glaube, sie ist auf unserer Seite. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich auch. Oh. Ja. Wahrscheinlich habt ihr recht. Los, gib ihr unsere GPS-Daten frei, bevor wir da reingehen. Schon passiert. Hm. Na, dann mal los. Aber ohne Taschenlampen. Psst. Muska? Na komm. Wir bleiben doch zusammen. Das Klopfen ist weg. Stimmt. Mann, ist das unheimlich. Oskar, pssch, nein! Verdammt! Oskar, wir fliegen auf! Aber, nein, er will uns warnen. Ja, aber wovor? Was? Vor mir! Ein Mann stand hinter TKKG im Höhleneingang. In einer Hand hielt er eine Pistole, die andere Hand knipste eine Taschenlampe an und blendete TKKG. Flossenhoch! Ihr seid schon lange aufgeflogen. Wer zuletzt lacht... Wer zuletzt lacht, hat die längste Leitung. Toller Knastspruch. Sie müssen Friedrich Rüders sein. Was? Oskar, bleib da! Hey, was soll das? Weg da! Das ist mein Unterschenkel und kein Stöckchen. Oskar, nein! Komm her, komm zu Frauchen! Oskar, bleib da! Soll er abhauen, dummer Hund? Wir wissen, wer Sie sind. Sie sind ein Schwerverbrecher. Richtig. Und ihr seid Opfer. Dann sind die Rollen ja schon mal richtig verteilt. Und jetzt weiter rein da mit euch. Los! qué erzähl! Es coordinator clear die Ohr Wir hören, es ist sei. Oh axis! Vielen Dank.